Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin Sarah und zusammen schauen wir uns heute die historischen Hintergründe zu den Konfliktfelder im Nahen und Mittleren Osten an. Viel Spaß beim Video. Der Nahe und Mittlere Osten ist eine Region, die reich an Geschichte, Kultur und Konflikten ist. Die Wurzeln vieler heute andauernder Auseinandersetzungen lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen, wurden jedoch besonders durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts geformt. Diese historischen Entwicklungen haben eine komplexe Landschaft von Konfliktfeldern geschaffen, die durch eine Mischung aus religiösen, ethnischen, territorialen und internationalen Dynamiken charakterisiert wird. Die Anfänge der modernen Konflikte im Nahen Osten lassen sich häufig auf den Zerfall des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg zurückführen. Die anschließenden Aufteilung der Region unter den Siegermächten Großbritannien und Frankreich legte den Grundstein für viele der heutigen territorialen und politischen Spannungen. Durch das Sykes-Picot-Abkommen von 1916 wurden willkürliche Grenzen gezogen, die ethnische und religiöse Gruppen trennten oder zwanghaft vereinten, was zu langfristigen Auswirkungen auf die regionale Stabilität führte. Die Gründung Israels im Jahr 1948 ist ein weiteres entscheidendes Ereignis, das den Nahen Osten tiefgreifend verändert hat. Der darauf folgende erste arabisch-israelische Krieg führte zur Vertreibung oder Flucht von etwa 700.000 Palästinensern, einem Ereignis, das als Nakba bekannt ist. Die fortgesetzte israelisch-palästinensische Auseinandersetzung bleibt einer der zentralsten und emotional aufgeladensten Konflikte der Region. Die verschiedenen Kriege und Intifadas, die folgten, haben die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens geprägt und ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit und Einmischung globaler Mächte Naksik. Parallel dazu hat der Iran-Irak-Krieg der 80er Jahre, ein brutaler Konflikt, der acht Jahre dauerte, die politische Dynamik im Persischen Golf und darüber hinaus beeinflusst. Der Krieg begann mit irakischen Angriffen auf iranische Grenzstädte und eskalierte schnell zu einem umfassenden Krieg, der Millionen Opfer forderte und weitreichende ökonomische Zerstörung mit sich brachte. Dieser Krieg war auch ein Wendepunkt für die US-amerikanische Politik in der Region, die sich zunehmend auf die Sicherung ihrer Interessen konzentrierte, insbesondere im Hinblick auf die Ölreserven. Die 90er Jahre brachten neue Herausforderungen, darunter den Aufstieg des islamistischen Terrorismus, der durch den Ersten Golfkrieg 1991 weiter angeheizt wurde. Die Präsenz amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien nach dem Krieg wurde von Extremisten wie Osama Bin Laden als Provokation angesehen und führte zu einer Zunahme terroristischer Aktivitäten, die in den Anschlägen vom 11. September 2001 gipfelten. Die darauf folgenden US-geführten Kriege in Afghanistan und Irak sollten die Region stabilisieren, führten jedoch zu weiteren Unsicherheiten und dem Aufstieg neuer militanter Gruppen wie dem Islamischen Staat, der große Teile von Irak und Syrien unter seine Kontrolle brachte. Nicht zu übersehen ist der arabische Frühling, der 2010 in Tunesien begann und sich rasch über Ägypten, Libyen, Jemen und Syrien ausbreitete. Diese Welle von Aufständen hatte das Ziel, verkrustete autokratische Regime zu stürzen und demokratische Reformen zu fördern, während einige Länder wie Tunesien einen relativ friedlichen Übergang erlebten, führten die Aufstände in Ländern wie Syrien und Jemen zu langwierigen und brutalen Bürgerkriegen, die die Region weiter destabilisierten und eine massive humanitäre Krise nach sich zogen. Diese historischen Konflikte und die daraus resultierenden geopolitischen Spannungen sind tief in den sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen der Region verankert. Die häufige Einmischung externer Mächte hat oft zu einer Verschärfung der Konflikte geführt, wobei jede Partei versucht, ihre eigenen strategischen und wirtschaftlichen Interessen zu schützen oder auszubauen. Das Ergebnis ist ein komplexes Netz von Allianzen und Feindschaften, das den Nahen Osten prägt. Insgesamt ist der Nahe und Mittlere Osten eine Region, in der Geschichte lebendig ist und die Gegenwart formt. Die fortwährenden Konflikte und die Suche nach Lösungen erfordern ein tiefes Verständnis dieser historischen Wurzeln sowie eine sensible Handhabung der kulturellen und politischen Realitäten. Ein umfassender Ansatz, der sowohl lokale Bedürfnisse als auch internationale Dynamiken berücksichtigt, ist entscheidend für die Schaffung langfristiger Stabilität und Frieden in der Region. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Nahe und Mittlere Osten. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch sehr relevant fürs Abi. Mit detaillierten Analysen, Hintergrundinformationen und Übungen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 25 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20 Prozent mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter. Der Nahe und Mittlere Osten ist eine Region, die sowohl durch ihre historische und kulturelle Bedeutung als auch durch ihre natürlichen Ressourcen weltweit Beachtung findet. Unter diesen Ressourcen spielen Erdöl und Erdgas die wohl bedeutendste Rolle. Die Länder dieser Region beherbergen mehr als die Hälfte der weltweiten Erdölreserven und etwa ein Drittel der Erdgasreserven, was sie zu einem Zentrum der globalen Energieversorgung macht. Diese Reichtümer sind nicht gleichmäßig verteilt mit Ländern wie Saudi-Arabien, dem Irak, dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die über den größten Anteil verfügen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Ressourcen sind enorm, da sie erhebliche Einnahmen für die Staatskassen generieren, die in die Entwicklung anderer Sektoren und Infrastrukturen investiert werden können. Die geopolitische Bedeutung des Öls hat jedoch auch zu zahlreichen Konflikten geführt. Die Kontrolle über die Ölförderung und Exporte hat historisch zu Rivalitäten zwischen den Staaten der Region sowie zu externen Interventionen geführt. Die Ölpreise auf dem Weltmarkt können die weltwirtschaftliche Stabilität beinflussen, was große Ölverbraucher wie die Vereinigten Städten, China und europäische Länder tief in die politischen Angelegenheiten des Nahen und Mittleren Ostens involviert hat. Dieser Umstand verdeutlicht, wie kritisch diese Ressourcen für die Aufrechterhaltung der globalen Energieversorgung und Wirtschaft sind. Neben Erdöl und Erdgas ist Wasser eine weitere entscheidende Ressource in dieser weitgehend ariden Region. Wasser ist eine besonders wertvolle und knappe Ressource im Nahen Osten, wo viele Länder unter chronischem Wassermangel leiden. Der Zugang zu sauberem Wasser ist begrenzt, was nicht nur das tägliche Leben und die Gesundheit der Menschen beeinflusst, sondern auch die landwirtschaftliche Produktivität und industrielle Entwicklung. Länder wie der Jemen und Jordanien stehen vor ernsthaften Herausforderungen in Bezug auf die Wasserversorgung, was wiederum soziale und ökonomische Spannungen verschärft. Die Wasserknappheit hat auch zu Konflikten zwischen Ländern geführt, die sich Flussläufe teilen. Beispielsweise hat der Streit um die Wassernutzung des Euphrat und Tigris zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak das Potenzial für ernsthafte zwischenstaatliche Auseinandersetzungen. Darüber hinaus sind die Konflikte um das Wasser des Jordanflusses zwischen Israel, Palästina und Jordanien ein weiteres Beispiel für die kritische Rolle dieser Ressource in der geopolitischen Dynamik der Region. Weiterhin besitzt die Region bedeutende Vorkommen an Phosphaten und anderen industriellen Mineralien, die für die globale Landwirtschaft und Industrie von Bedeutung sind. Länder wie Jordanien und Marokko sind führende Exporteure von Phosphat, einem wichtigen Bestandteil von Düngemitteln, der essentiell für die weltweite Nahrungsmittelproduktion ist. Diese Ressourcen bieten den regionalen Ökonomien wichtige Diversifizierungsmöglichkeiten und tragen dazu bei, die Abhängigkeit von Öleinnahmen zu reduzieren. Die landwirtschaftlichen Flächen in der Region sind trotz der herrschenden ariden Bedingungen nicht zu unterschätzen. Durch den Einsatz moderner Bewässerungstechniken und Agrartechnologien ist es einigen Ländern gelungen, in gewissem Maße Selbstversorgung mit Lebensmitteln zu erreichen und sogar landwirtschaftliche Produkte zu exportieren. Staaten wie Israel haben durch innovative Technologien in der Tropfbewässerung und Wasseraufbereitung bedeutende Volkskrete gemacht, die es ihnen ermöglichen, die begrenzten Wasserressourcen effizient zu nutzen. Jedoch bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Teilen des und Mittleren Ostens stark von den globalen Ölpreisen abhängig. Diese Abhängigkeit hat die Region anfällig für wirtschaftliche Schocks gemacht, die durch Schwankungen auf den Weltmärkten verursacht werden. In jüngerer Zeit haben einige Länder begonnen, verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren, um ihre Energiequellen zu diversifizieren und eine nachhaltigere Entwicklung zu fördern. Die reichlichen Sonnenlichtressourcen könnten für Solarenergieprojekte genutzt werden, die nicht nur die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren, sondern auch die Energieversorgung für lokale Gemeinschaften verbessern und neue Wirtschaftszweige schaffen könnten. Die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus den natürlichen Ressourcen des Nahen und Mittleren Ostens ergeben, sind also vielschichtig und tiefgreifend. Sie beeinflussen nicht nur die ökonomische Entwicklung innerhalb der Region, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Politik. Die Zukunft dieser Region wird davon abhängen, wie diese Ressourcen verwaltet und genutzt werden, nicht nur um den Wohlstand zu mehren, sondern auch um langfristige soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema der Konfliktfelder im Nahen und Mittleren Osten. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema relevant fürs Abi. Mit detaillierten Analysen, Hintergrundinformationen und Übungen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20 Prozent erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!